Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Ich war gerade unterwegs und habe den 131i Sound Generator gecheckt und getestet. Und ich bin jetzt hier gerade abgefahren, wie ihr seht, bei einem BMW Händler. Und irgendwie kam mir die Idee, mal das Kameraequipment, was ich habe, auszunutzen. Auf jeden Fall, ich habe ganz gute Nacht-Eigenschaften, also es ist auch stockedunkel eigentlich gerade. Ich habe hier mein Laptop aufgebaut mit dem zweiten Mikrofon. Ich hoffe, das ist besser als das da hinten. Die Kamera schießt, glaube ich, gute zweieinhalb Meter weg von mir. Und ich fand das Ambiente hier irgendwie gerade ziemlich geil. So, das ist jetzt das Intro zu der ganzen Nummer. Also, das kann ich, ob ich das hier darf, egal. Also, das Intro zu der ganzen Nummer ist, ich muss sagen, der Sound Generator. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, als ich den nur in der Stadt ausprobiert habe, dass dieses Geräusch, dieses Brummen, was ich so noch gar nicht kannte, was ich erstmal irgendwie noch in das ganze Soundgefüge einfügen musste, muss ich sagen, konnte ich gar nicht richtig einschätzen und ich habe es erstmal gar nicht so gefeiert. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, ich finde das ziemlich, ziemlich, ziemlich sexy. Also, ich glaube, wenn ihr auch das Video gleich anschaut, werdet ihr sehen, dass ich da mehrfach mal am Smilen bin oder das Grinsen über beide Ohren bei mir anfängt zu kommen und es ist ziemlich heftig. Der Sound ist wirklich sehr präsent, aber gar nicht zu aufdringlich. Also, ich bin, glaube ich, sowieso schon ein bisschen Sound geschädigt. Aber ich finde, im Endeffekt ist es trotzdem so, man kann sich normal unterhalten. Es ist einfach nur ein Genuss-Sound. Und man merkt richtig, wie wir ab 4,5, kurz davor, 4,4, irgendwie sowas um den Dreh. Warte mal kurz den Lastwagen ab hier. Ab 4,5 merkt man wirklich richtig, wie das Ding sich dazu schaltet. Ich weiß gar nicht, wie ich das zu sagen kann, aber man merkt richtig den Moment. Ich habe es auch im Video mit dem Finger angezeigt. Man merkt so richtig, wie sich das dazu schaltet, wo man richtig so... Und das ganze Ding anfängt zu brüllen. Das ist ziemlich geil. Und ja, also im Endeffekt 190 Euro kostet das Ding neu, wenn man es hier... Warte, ich sehe nicht, wo mein Finger geht. Bei BMW direkt kauft. Ich habe das Glück gehabt, ein paar Euro zu sparen. Im Endeffekt hat es auch geklappt. Aber im Endeffekt... Sofort im Endeffekt... Der Piper-Cross-Luftfilter macht auf jeden Fall auch gut Sound. Das Ding bringt eine ganz andere Sound- und Klangfarbe in den Innenraum mit rein. Und ich finde die Verbindung von beiden schon echt heftig. Natürlich müsste man die ganze Nummer jetzt noch toppen mit dem BMW Performance Einlass-System. Nein, Lufteinlass-System. Das wäre natürlich jetzt die Oberkrönung. Das lässt sich BMW aber auch ordentlich bezahlen. Und vielleicht habe ich ja das Glück, dass ich das Ding auch nochmal irgendwann günstig schieße. Aber 500 Flocken aufwärts... Viel noch mehr Sound aus dem Innenraum. Das muss man sich schon mal überlegen. Und ansonsten, ja, ich hoffe soweit... Hilft das Ganze ein bisschen hier als Sound-Video. Ich denke einfach mal, ich laufe gleich noch ein bisschen bei der Kamera rum. Mache ein paar Fotos. Mache ein bisschen... Horn hier am Abend. Habe ich gerade Bock drauf. Und ich denke, das werde ich hier dem Video einfach mal anhängen. Jetzt kommt ihr, glaube ich, gerade das Security-Dude an. Auf jeden Fall fährt ihr gerade ein Auto auf dem Hof. Mal gucken, ob es hier Alarm gibt. Oder ob sich einer beschwert. Ob es ein Nacht-Einwurf ist. Es bleibt spannend. Das war es von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Gebt einen Daumen hoch. Lasst ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Oder auch mal in Real Life. Also haut rein, Jungs. Kommen wir jetzt mal zum eigentlichen der ganzen Nummer hier. Und zwar, ich habe den Sound-Generator vom 1,30i jetzt eingebaut. Ich habe von dem Rüssel vorne ungefähr jetzt ein Viertel oder ein bisschen mehr als ein Viertel habe ich offen. Ich habe das, glaube ich, dem letzten Video gezeigt, wie ich das eingebaut habe. Dass das ab 4 leicht, leicht genug, aber ab 4.500, 5.000 sehr deutlich wahrnehmbar ist. Und es ist ein, ja, es ist ein bisschen dröhnendes Geräusch. Aber nicht im Dröhnen vom Sinne vom Auspuff. Sondern es ist einfach eine neue Ton- und Frequenzart, die hier entsteht. In unserem Bereich. Ich habe auf jeden Fall vorher immer schon einen ziemlich geilen Sound gehabt. Auch durch den Piper Cross-Low-Filter. Und, ähm, weiß gar nicht, wo durch noch. Aber der klingt einfach schon ziemlich geil. Auch gerade, so weit, fielte bei 2.000. Dritter bei 3.000. Und das Ganze klingt einfach schon ziemlich geil. Und jetzt kommen wir hier zu dem Stück, wo die Landstraße unbegrenzt ist. Und jetzt geht so ein bisschen Sound auf die Uhr an. Ich ziehe einfach mal den zweiten durch und bin jetzt ruhig. Also, hört rein. Ein paar Hubbel, ein paar Autos. Ich ziehe den zweiten ab 1.000 durch jetzt. Und jetzt ziehe ich mal den zweiten durch. Also, in den oberen Bereichen, auch jetzt gerade hier bei Drehzahl im dritten. Jetzt. hört man das ziemlich deutlich, das Brummeln. Also, das, den Sound-Generator. Ja. Klingt aber geil. Uh, uh, uh. Ja, das klingt echt geil. Erster Gang und Schub. Ich gebe nicht ganz am Anfang. Erster Gang und Schub. Ich bin, ich bin jetzt hier. Oh, ich will auf die Autobahn. So, das war jetzt ja das Stück unbegrenzt und jetzt habe ich wieder ein Stück zurück und dann schauen wir nochmal, soundtechnisch ist ganz geil. Okay. 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 das blockt hier am meisten das blockt hier WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Also viel Spaß Leute! Das waren jetzt 230, 200 im fünften, vierter Anschlag. Ich habe direkt gedacht, dass es lauter ist als Bühle, als Sound soweit. Jetzt spiele ich mal ein bisschen rum. Fünfter, 180, 196 da, ruhig. Na genau, auf 4,5 schaltet er zu. Das machen wir noch mal im sechsten, wenn wir uns gut. 4,200. Jetzt. Das machen wir noch mal. So, nochmal einen Test. Vierter bei 120 bei 3600 im Drehung. Ja, das ist schon cool. So, das war hier mein Turn. Jetzt kommen wir einfach mal Off-Topic-Talk. Ich weiß, ich habe schon auf der GoPro gelabert, aber irgendwie weiß ich jetzt gar nicht, was jetzt so der ideale Fall war oder was ich erzähle oder wann ich was bringe. Aber ich habe überlegt, für euch irgendwie ein bisschen Richtung Vlogging zu gehen, dass ich mal so ein bisschen meinen, ja so Daily-Updates oder ein paar Updates mehr mache, dass ich öfter mal ein bisschen was erzähle, was mich bewegt, was mit meinem Auto los ist, wenn ich da was mache und was ich allgemein so mache. Es kamen viele Fragen mittlerweile echt über Urlaub in Miami. Wo geht man hin? Was macht man? Wo sind coole Tipps? Was sind geile Locations? Was kostet der Trip? Wo bucht man am besten? Also das ist eigentlich echt ein ziemlich großes Thema, was ich glaube ich auch mal behandeln werde. Darüber habe ich auch überlegt, dass ich einfach mal ein bisschen, ja einfach mal ein bisschen mehr aus meinem Leben zeigen möchte, was ich so mache, wo ich mich so herumtreibe. In den letzten Tagen kamen ein Haufen Pakete von Philipp Plein für mich an. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber wenn ihr bei mir bei Insta wenigstens folgt, ein paar machen das da auf jeden Fall echt aktiv. Danke an euch, finde ich richtig geil. Ist da einiges gekommen und ein paar Sachen werde ich behalten, ein paar Sachen werde ich zurückschicken. Man kann natürlich jetzt hier den Insta-Fameboy machen und alles faken, aber im Endeffekt ein paar Teile werde ich behalten, einiges soll ich auch zurückschicken, was irgendwie Sinn macht. Das Ding ist einfach, wenn man irgendwie shoppen geht, ich hasse das. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ich hasse das derbe, dass man irgendwie beobachtet wird von den Leuten oder irgendwie ständig tausend Fragen oder man kann nicht einfach mal in Ruhe die Sachen anprobieren und deswegen habe ich mir das Ganze mal bestellt. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich weitermachen soll. Ich fange am besten nochmal von vorne an. Nein, Quatsch. Ja, ziemlich chilliger Abend gerade. Es ist Dienstag mitten unter der Woche und ja, ich finde das eigentlich ganz nice hier gerade. Ich bedanke mich echt für jeden Abonnenten, für jeden Daumen hoch, den ihr mir gebt. Also ich finde das echt genial. Auch jeden Kommentar übrigens, also jede Interaktion mit euch finde ich einfach korrekt. Also Like, Kommentar, Daumen hoch oder ein Abo finde ich echt cool. Wenn ihr Fragen habt, gerne immer, 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 immer sofort schreiben. Ich glaube die, die jetzt ein bisschen öfter mal geschrieben haben oder auch tatsächlich regelmäßig gucken, ich dachte, dass ich das mal sagen werde, haben auch gemerkt, dass meine Antwortrate, wenn sie kommentieren, extrem gut ist. Also, wenn ihr das auch so seht oder euch das aufgefallen ist, dass ich recht schnell auch im Antworten bin, dann kommentiert auch gerne oder sagt, ja, finde ich geil so oder mach weiter oder bewundere ich voll oder wie machst du das. Auf jeden Fall, sobald irgendwie was passiert, ich kriege sofort eine Push-Nachricht auf meinem iPhone und sobald ich das irgendwie sehe, gehe ich da auch sofort ran. Ich habe deswegen einen großen Vorteil, denn ich habe bei meinem iPhone so gut wie alle Push-Nachrichten ausgestellt. YouTube finde ich wichtig, ein, zwei Chatprogramme, die ich nutze, finde ich wichtig, aber da auch nicht für alles und für jeden. Und von daher habt ihr eine ganz gute Reihe. Jetzt kommt ihr, glaube ich, gerade das Security Dude an. Auf jeden Fall fährt ihr gerade ein Auto auf dem Hof. Mal gucken, ob es hier Alarm gibt oder ob sich einer beschwert, ob es ein Nacht-Einwurf ist. Es bleibt spannend. Das war es von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Gebt einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder oder auch mal in Real Life. Also haut rein, Jungs. Peace. 1 2 3 4 5 2 Vielen Dank.